So Leute, hier werden wir einfach mal ein kurzes Update, um alle zu würdigen, die bisher richtig gute Arbeit geleistet haben beim Tippen. Wir schauen uns einfach die Top 5 Spieler mal an, wenn ich jetzt wüsste wo. Hier Tipptabelle. Also der Marc führt gerade. Schauen wir uns einfach mal an, was der so für Wunderwerke vollbracht hat. Frankfurt, Hertha richtig getippt, exakt richtig, hier auch richtig getippt und sonst auch, also eigentlich nur drei Spiele falsch getippt. Das ist schon eine sehr gute Quote. Der Zweitplatzierter hat es sogar noch besser gemacht an dem Spieltag. Er hat glaube ich dann sogar die meisten Punkte an dem Spieltag. Also hier zumindest nicht mehr. Heiner hat mal bis auf zwei, sogar ein Schweizer, uiuiui, hat sogar bis auf zwei Spiele alles richtig getippt. Also Hut ab auf jeden Fall. Also zumindest mal die, wer gewinnt oder unentschieden. Und sogar noch dreimal das richtige Ergebnis. So, hier hat es sogar jemand geschafft auf dem fünften Platz der Euronics viermal exakt das richtige Ergebnis zu tippen. Das ist auch nicht schlecht. Ansonsten haben wir auf dem dritten Platz noch Devas und auf dem vierten Platz kamen, die Karzeboy YouTube. Gucken wir uns mal an, was der so auf YouTube macht. Ja, das könnte jetzt jeder sein. Also, sorry. Ja, und ansonsten haben wir natürlich noch so einige auf den hinteren Rängen. Felix Sieben war auch ziemlich lange auf Platz, hier. Felix Sieben war auch lange auf Platz 1, jetzt nicht mehr. Und ja, so sieht es momentan aus. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Gucken wir uns mal an, wie ich so dastehe. Ich bin auf Platz 203. Hab, ja, wie in einem anderen Video auch schon gesagt, hab ich hier Leverkusen und Schalke, hab ich in meinem Predictions-Video richtig getippt. Und ich hab Leverkusen gesagt gewinnt. Und hier hab ich mich irgendwie vertippt und 1-1 getippt. Und ich hab mich noch gefreut, so, ja man, voll geil, 2-1. Und dann war es halt kacke. Und lustig war auch an dem Spieltag, dass ich so irgendwann, so während des Spieltags, war ich irgendwie auf Platz 30. Und dann ist es irgendwie nochmal so richtig eskaliert. Und ich, einfach Feierabend. Deshalb, ja, aber ich bin da jetzt, ja, ich bin halt so im Mittelfeld. Wir haben 500 Leute, die mitmachen. Ich bin auf Platz 203. Ja, ist okay. Hab ich mir irgendwie auch so gedacht, dass es passiert. Mal gucken, wie das noch endet. Und, ja, das einfach nur um die Leute, die so mitmachen, aktiv. Und, ähm, hier wird auch ordentlich geschrieben. Das freut mich auch immer sehr. Das finde ich cool. Einfach mal zu würdigen. Coole Sache auf jeden Fall. Ähm, 546 Spieler finde ich auch richtig krass. Also, richtig geile Seite. Richtig coole Community, die da entstanden ist. Und ich hoffe, dass es noch einiges, ja, mehr, dass da noch einiges mehr geht, dass es noch weiter geht. Und, äh, ja, ich sag ja schon mal vorweg, für die Rückrunde mach ich dasselbe dann nochmal. Dann wird es irgendwie noch spannender, weil dann gibt es halt 17 Spieltage. Und ich mach das gleiche dann auch nochmal für die Champions League. Also, da wird es auf jeden Fall weitergehen, weil ich finde das richtig cool, mit euch allen so ein Tippspiel zu machen. Props auch an die Macher von Halbzeit.app, dass das so möglich ist, mit 546 Spielern so eine eigene Seite zu machen und das dann auch zu tippen und dass das alles so funktioniert. Also, richtig cool auf jeden Fall. So, vielen Dank.